2 Euro Ich gebe dir jetzt 80, dann sind das jetzt mit den 20, die 100. Die 100 halte ich hier fest, das ist kein Problem. Nur darf er nicht durcheinander kommen. Oder habe ich was falsch verstanden? Naja, alles gut, war ja so. Ist doch okay. Nur hat der 100 dann nicht gerechnet. Naja, alles klar. Kriegst du auch noch was zu trinken? Naja, tu mir noch einen Cola her. Komm, haben wir einen Nachläufer hier, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. Wenn wir jetzt noch mal verlängern, ist schon wieder fast Stopp machen, ey. Jetzt die Möglichkeit ja eher, dass der, siehst du? Wegen den 500, weißt du? Jetzt sind wir oben, ist ja fast alles 500, falls so weit kommen. Ja. Ja, ich habe auch keinen Bock zu warten. Aber nachher geht alles flöten, weißt du? Ja. 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 Danke dir. Ja, Mann. Da fängt ja gut schön rein und dann so weit wäre. Alter, ey. Einen mehr, ey. 3000, weißt du? Boah, ey. Müssen Pause machen, müssen gleich mal. So, Leute, ich muss gleich fortsetzen oben mit den Dollarzeichen. Ich hatte jetzt hier wieder von 80 auf 50 direkt beide rein. Direkt beide, auch bekloppt, ne? Ja, jetzt kriegst du keine Verlängerung. Ja, jetzt kriegst du keine Verlängerung. Jetzt aber. Ja, komm mal. Erste Mal von vorne, ne? Schon gesehen. Komm. Ja. Ja, das war der.